UNTERTITELUNG Du hast nur eine Funktion bei einer Bestattung. Zu sehen, dass der Sarg in seinen Grab kommt. Das ist die Hauptaufgabe. Habe ich bis jetzt geschafft. Berlin Weißensee ist der größte jüdische Friedhof in Europa, der noch aktiv ist. Hier liegen über 115.000 Tote und die tun einem eigentlich nichts. Es ist ziemlich friedlich hier. Wir sind auf dem Friedhof. Wie sieht es aus? Ist es fröhlicher vom Friedhof? Nein. Ich muss mal überlegen, wie ich das jetzt mache. Es ist nicht schwierig, dass man das dazwischen den Gräber legt. Ich hänge da dran, weil ein Teil meines Lebens, meines Schicksals, dieser Friedhof ist. Wenn sie so haben, jüdische Kinder lachen können. Aber das konnten sie eben nur auf dem Friedhof. Jeder Grabstein ist ein Stück Weltgeschichte. Und unter jedem Grabstein verbirgt sich irgendeine Geschichte. Gerade meinem Grabstein wird ein Stück Welt so schwer. Ich kann es nicht hier FERGENDER, einer großen farther Wijchen. Jetzt Brother will ja ein Stück.